Hallo, ich bin Martina und in diesem Video lernst du etwas über die Zusammen- und Getrennschreibung bei Verbindungen aus Substantiven und Verben. Damit du alles verstehst, solltest du wissen, was Substantive, Verben und Adjektive sind. Ich wünsche dir dabei viel Spaß! Verbindungen aus Substantiven und Verben können getrennt oder zusammengeschrieben werden. Getrennt geschrieben werden Verbindungen, die eine Wortgruppe bilden. Zusammengeschrieben werden Substantiv und Verb, wenn das Substantiv seine eigenständige Bedeutung verloren hat. Bei einigen Verbindungen kannst du dir aussuchen, ob du sie getrennt oder zusammenschreibst. Verbindungen aus einem Substantiv und einem Verb, den kompletten Film und viele weitere, findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com – gute Bildung, zu Hause! 3 1 1